Kein rechtsfreier Raum Die Plattform Reddit ist dafür bekannt, dass Nutzer ausnahmslos alles auf der Seite posten dürfen. Ob Beiträge zu Hass, Gewalt oder Tiersex, alles war erlaubt. Nun unternimmt das Netzwerk Versuche, die übelsten Inhalte zu verbannen. Der umstrittene US-Online-Dienst Reddit hat etliche Nazi- und Hassforen geschlossen. Zuvor hatte die Plattform eine neue Richtlinien verkündet, die die Veröffentlichung von Inhalten verbietet, die Gewalt anregt, glorifiziert, anreizt oder als Aufruf zur Gewalttätigkeit gegen Einzelpersonen oder eine Gruppe von Leuten verstanden werden könne. Reddit bietet seinen Anwendern die Möglichkeit, jedes Spezialthema in sogenannten Subredits in einer freien und unzensierten Debatte zu erörtern. Die Beiträge können von anderen Usern als positiv oder negativ bewertet werden. Je besser ein Beitrag da steht, desto prominenter erscheint er auf der Website. Populär sind auch die öffentlichen Fragerunden Amma, Ask Me Anything, bei denen sich auch Prominente wie US-Präsident Barack Obama 2012 sich einer Befragung durch Reddit-Mitglieder stellen. Nach der Ankündigung der aktuellen Richtlinienänderung wurden über zehn Subredits geschlossen, darunter National Socialism und Nazi. Die neuen Richtlinien verbieten auch die Darstellung von Tierquillereien. Daher wurden auch Foren wie Sexwitbedox blockiert. Reddit hatte es unter seinem Ex-Chef Yishan Wong kategorisch abgelehnt, Inhalte von Plattformen zu entfernen, auch wenn diese Gegengesetze verstießen. Du wählst aus, was du veröffentlichen willst, sagte er in einem Interview. Du wählst aus, was du lesen willst. Du wählst aus, welche Art von Subredits du anlegen willst. Nach seinem Rücktritt 2014 versuchte seine Nachfolgerin Ellen Pau besonders umstrittene Inhalte von der Plattform zu entfernen. Sie musste aber nach Zensurverwürfen und einer umstrittenen Personalentscheidung gehen. Seitdem wird das Unternehmen, das mehrheitlich zum Medienkonzern Kontenast gehört, wie die von Mitbegründer Sterve Hafmann geführt. In Deutschland wird Reddit künftig auch unter die Bestimmungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes fallen. Mit dem neuen Gesetz sollen vor allem die Betreiber der großen sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter in die Pflicht genommen werden, Falschmeldungen und andere offensichtlich strafbaren Inhalte wie Beleidigungen schneller zu löschen als bislang. Das Bundesamt für Justiz, das die Umsetzung des Gesetzes überwachen soll, wird nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins der Spiegel aber auch Netzwerke wie Reddit und Tumpe sowie die Fotoplattform Flicker und das Videoportal Vimeo daraufhin kontrollieren, ob sie die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.